So, jetzt noch ein Formel-1-mäßiges Vorwandschießen. Nico Hülkenberg. Der Ball liegt richtig. Klassischer Rechtsfuß. Spielen Sie Fußball? Nee, nicht so wirklich. Tennis ist eher Fußball, bin ich ein bisschen talentfrei. Sieht man nicht. Dann lass ich's. Zack, der zweite, okay. Sie können auch ruhig mal klatschen. Also, das passt schon. Obwohl, so, Markus Gisdol. Netz ist hinten drin. Ja, Netz ist drin, fragt er. Er passt. So brauche ich das Netz aber auch nicht kontrollieren, wenn Sie mich reinkriegen. So, warte mal. Okay. Den mach ich rein jetzt. Dritter Versuch unten. Ihr Applaus für Markus Gisdol. Ja, Moment. War der drin? Was macht man damit? Ach du Scheiße. Schau mal, Zeitlupe. Freunde, da brauchen wir eine Zeitlupe. Auf jeden Fall. Der war drin. Oh, der war drin. Der war drin. Der war drin. Ja. Videobeweis geht doch. Schönen Gruß an die FIFA. Bei uns gibt's schon den Videobeweis. Johann Moser aus Maria Pfarr. Halleluja. Recht unten. Ohne Skispiefel. Das war ein getarnter Außenriss, oder? Interessante Technik. Der dritte sitzt. Applaus für unseren Herausforderer bitte nochmal. Okay. Gleich oben haut's dann hin. So, Nico Hülkenberg wieder. So, jetzt alle in Deckung. Wie jetzt? Oh je. Ich hab's Ihnen vorhin gesagt. Achtung, Brille ab. Wie aggressiv der auf die Wand schießt. Wir kriegen heute noch einen runter hier. Ja. Oh, Deckung. So. 1, 1, 0. Nicht schlecht. Den Mann Moser holen wir gleich die Skistiefel noch. Ihr freut die Skistiefel. Ja. So. Und letzter Versuch unten. Hoffentlich der letzte. Unten oder oben. Bevor noch mehr kaputt geht hier. Sieht, sieht. Okay. Jetzt Hans Moser. Ja. Zwei zum Sieg. Und einer hat zum Unentschieden. Zwei Versuche noch. Noch kann er gewinnen, unser Herausforderer. Mit viel war er besser. Mit viel war er besser. Gewichtgeahne Talente. Letzter Versuch. Ja. Alles gut geschossen. Danke. Dankeschön. An Markus Gießdoll. Toi, toi, toi. Danke an Nico Hütenberg. Auch viel Glück mit dem neuen Vertrag und bei den nächsten Rennen.